Der Golf. Mit über 37 Millionen verkauften Exemplaren, wohl einer der Verkaufsschlager von VW. Aber die achte Generation, die jetzt seit 2019 auf dem Markt ist, musste sich dann doch einige Kritik anhören in Sachen Infotainment und Verarbeitung. Das will VW mit dem Facelift des Golf jetzt ändern, mit dem Facelift des Golf 8. Hier der GTE. Ich würde sagen, wir schauen uns den einfach mal genauer an und ich zeige euch einfach, was sich da jetzt geändert hat. Los geht's! Ich bin einmal für euch in die Hocke gegangen und wir schauen uns mal vorne um zuerst. Ja klar, also für ein Facelift haben wir neue Frontschürzen. Also am Blech hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert. Die Schürzen jedoch sind neu. Hier ist es die GTX-Schürze, wie VW sie nennt. Das ist dieses matt-schwarze Design, wie es die GTE und der GTI haben. Nicht mehr der GTD, aber dazu kommen wir später. Dazu und was ich finde, was am präsentesten ist, ist das Logo. Das ist nicht nur neu, das ist auch beleuchtet. Zumindest, wenn man die Performance Scheinwerfer oder das hier verbaute IQ Light ordert. Denn ja, das ist das erste Mal, dass VW ein beleuchtetes Logo in Europa, zumindest vorne anbietet. Hinten hatte es der Touareg. Das vordere gibt es auch schon im chinesischen Markt, aber eben nicht in Europa. Mit dem Golf 8 Facelift kommt es zu uns. Von vorne geht es direkt nach ganz hinten beim Golf 8 Facelift und wir fangen mal unten an. Aber denn so viel hat sich ehrlich gesagt gar nicht geändert. Ja, wir haben hier einen neuen Diffuso oder ein neues Diffuso-Design bekommen, aber das war es eigentlich auch schon. Klar, die Rückleuchten. Die Rückleuchten haben eine neue Grafik. Hier mit dem IQ Light Design, das ist quasi die definierteste Form mit den sechs einzelnen LED-Bauklötzen, wenn man so will, sieht etwas dreidimensionaler aus als bei dem Performance Licht oder bei dem Standard Licht. Schauen wir doch noch einmal, wo wir gerade hier hinten sind, in den Kofferraum. Und auch hier hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert, wie mir gesagt wurde. Das Volumen ist einigermaßen gleich geblieben. Bisher sind es 381 bis 1237 Liter gewesen, zumindest bei dem normalen Golf. Denn auch der Variant, der Golf 8 Variant kriegt ein Update und der hatte aktuell 611 bis 1642 Liter. Wie viel genau das jetzt bei dem Facelift sind, das konnte mir VW noch nicht sagen. Aber die Hausnummer kann man sich auf jeden Fall schon mal hinters Ohr schreiben. Ja, das Heck und den Kofferraum haben wir gesehen. Aber bevor wir einsteigen und uns den Innenraum anschauen, müssen wir noch einmal ganz kurz ein paar Worte über die Seite hier verlieren. Denn auch wenn sich nicht viel getan hat, ein bisschen hat sich verändert. Wir haben einmal neue Felgen von 16 bis 19 Zoll, die VW jetzt anbietet mit neuen Designs. Dazu kommen fünf neue Farben oder Außenlackierungen. Von insgesamt elf Lackierungen sind fünf neu. Und zumindest den sportlichen Modellen vorbehalten, ist jetzt das Logo direkt an der Tür. Vorher war es einfach in einem Insert direkt vor der Tür im Kotflügel eingefasst. Jetzt ist es direkt an der Tür, was für meinen Geschmack etwas edler wirkt. Und wo wir beim Thema edel sind, steigen wir mal ein und schauen uns innen um. Ja, und zack, einmal im Innenraum Platz genommen und die Zündung aktiviert. Denn das wohl krasseste, was man hier sieht oder die größte Neuerung, ist das Infotainment. Das ist einmal das MEB4, komplett neu entwickelt. Finden wir so oder so ähnlich auch schon in den Modellen ID4, ID5 oder dem ID7, der jetzt neu kam. Was bedeutet das erstmal in Zahlen? 10 Zoll haben wir direkt vor uns im Cockpit. In der Mitte haben wir dann 10,4 bis 12,9 Zoll. Vorher waren es 8,5 bis 10,25 Zoll. Aber nicht nur die Bildschirmgröße hat sich geändert, sondern auch die gesamte grafische Aufmachung ist jetzt für meinen Geschmack deutlich intuitiver, ist nicht mehr so verschachtelt. Ein Kritikpunkt zum Beispiel war ja die Klimabedienung, die nur in Untermenüs zu finden war. Die hat jetzt eine eigene Leiste bekommen und ist jetzt im unteren Bildrand immer präsent zu finden. Dazu Navi und Musik und je nachdem, was man haben möchte, das kann man sich hier frei konfigurieren. Übrigens auch mit Schnellwahltasten, die man oben links im Bild findet. Wenn man zum Beispiel gerne Musik hört, jetzt ist gerade nichts angeschlossen, aber wenn man gerne Musik hört, kann man sich die richtige Musik einstellen, die man gerne mag oder man schaltet das Navi ein. Apropos Verbindung und Sachen angucken. Wir haben immer serienmäßig Apple CarPlay und Android Auto kabellos im Auto. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine große Neuerung und ehrlich gesagt, um konkurrenzfähig zu bleiben, muss VW das auch machen. Finde ich also einen guten Schritt weiter so. Ja, was kann man sonst noch sagen? Gehen wir erstmal einen Schritt weiter und für den Fahrer wohl besonders wichtig, ist das Lenkrad, das bisher auch sehr viel mit Touchflächen auskommen musste. Und es hat jetzt normale Tasten. Das ist sehr schön und das finde ich persönlich super, denn es bedeutet, dass, wenn man jetzt mal am Rumkurbeln ist, nicht versehentlich irgendwie die Lautstärke ändert oder mal den Sender wechselt, was man eigentlich nicht möchte, sondern man drückt noch auf den Knopf, kriegt das richtige haptische Feedback. So musste das eigentlich von vornherein sein. Genauso wie auch die ein oder andere Oberfläche, die jetzt mittlerweile mit Soft-Touch wirklich gut ausgekleidet ist und eigentlich auch einen ganz schönen Eindruck macht. Auch von der Haptik her sich echt gut anfühlt. Klar, ein bisschen Hartplastik haben wir immer noch hier an den Seiten oder hier unten im Bereich. Guckt niemand wirklich hin, sagen wir mal ehrlich. Und es ist ja auch in dem Sinne noch ein Kompaktfahrzeug, wo muss ja ein bisschen Gespaß werden. Sprechen wir zu guter Letzt noch einmal über die Motoren des Golf 8 und da wird es einige noch geben, denn wir haben einmal den 1,5 Liter Vierzylinder als Benziner und als Mild-Hybrid-Benziner mit 110 bis 150 PS, aber auch den 2 Liter Turbodiesel mit derselben Leistung, also auch 215 bis 150 PS. Noch dazu kommt der 2 Liter Turbobenziner mit 204 und 265 PS im GTI, aber auch der Golf 8 R noch mit 320 PS und der GTI Clubsport mit 300 PS sollen folgen. Ansonsten haben wir noch zwei Plug-In-Hybride. 204 und 272 PS Systemleistung sind hier angesetzt. Auf jeden Fall ordentlich und adäquat unterwegs. Übrigens mit einer 19,7 Kilowatt Batterie im Kofferraum sind die Hybride rund 100 Kilometer rein elektrisch unterwegs, was mittlerweile ein echt konkurrenzfähiger Wert ist. Übrigens ein kleiner Fun-Fact am Rande, einen Haubendämpfer gibt es immer noch nicht, das wird noch mit einem ganz normalen Pin, wird die Haube hier festgehalten. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine Frage zu klären und zwar die des Preises. Ja, zu dem will VW noch nichts sagen oder kann noch nichts sagen. Alles, was sie mir verraten wollen, ist, dass er deutlich unter 30.000 Euro losgehen soll für das Einstiegsmodell. Klar, GTI, GTE und Co. werden natürlich etwas teurer, aber unter 30.000 Euro, das ist schon mal ein guter Wert. Wenn wir die Preise haben, verlinken wir sie euch unten oder blenden sie ein. Ansonsten werden wir sie definitiv nachreichen. Und ich möchte zum Schluss eigentlich nur noch von euch wissen, wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Vielleicht ist es ja der GTI, den gucken wir uns nämlich jetzt an. Und wir schauen uns einfach. Untertitelung des ZDF, 2020